Das ist Martin von Feuerwehr. Martin macht aus alten Feuerwehrschläuchen neue praktische Alltagshelfer, zum Beispiel Federmäppchen Paul. Alte Feuerwehrschläuche von der Feuerwehr? Genau die. Feuerwehrschlauch ist nämlich ein Supermaterial. Das hält einen Druck von bis zu 25 Bar aus. Das ist zehnmal so viel wie in einem Autoreifen. Und im Einsatz halten die Feuerwehrschläuche Hitze, Schlamm und Geröll aus. Nach jedem Einsatz werden die Schläuche geprüft. Feuerwehrschläuche, die den Prüfdruck nicht mehr schaffen, sind früher einfach weggeschmissen worden. Schade um das tolle Material. Deswegen hat Feuerwehr in ganz Deutschland Sammelboxen aufgestellt. So kommen die ausgemusterten Schläuche zu Feuerwehr nach Köln. Wir prüfen die Schläuche, schneiden sie, waschen sie und trocknen sie. Genäht wird dann bei unseren Partnern hier in Europa. Alles ist made in Europe, fair und nachhaltig produziert und super robust. Jedes Feuerwehrprodukt ist durch die Einsätze des Schlauchs ein einzigartiges Unikat. Feuerwehr für die Einsätze des Alltags.